Mahlzeit. Moin Moin am heiligen Sonntag. Ja, eigentlich nur VFR Honda 750 RC36 ist noch gekommen. Läuft nach längerer Standzeit nur noch auf zwei bis drei Zylindern. Bekommt also Vergaser reinigen nächste Woche. Wahrscheinlich, weil ich bei der Ducati S4R ja noch auf diesem Tester warte, werde ich die dann halt vorziehen. Solange bis der Tester kommt, ist die vielleicht auch schon wieder fertig. Mal gucken, wie ich Zeit habe, inwiefern ich Einzelheiten dafür filme. Es kann auch sein, dass ich nur diverse Arbeitsschritte fotografiere und daraus hinterher ein kleines Video mache. Das ist für mich weniger arbeitsaufwendig, immer mal ein Foto zu machen, als ständig die Kamera laufen zu haben. Ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls auch wieder top gepflegtes Moped. So muss das sein. Kamel und Böcke nehme ich hier auch gar nicht an. So viel dazu. Und ja, das wäre es erst für heute. Bis dahin, der Dirk Kurs wieder. Ciao. Schönen Sonntag noch, euch allen.